Dr. Robert Franke ist seit dem 1. Januar 2023 neuer Geschäftsführer der Investitions- und Marketinggesellschaft IMG Sachsen-Anhalt. Der 45-Jährige war zuletzt als Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung für die Landeshauptstadt Dresdens stetig. Wirtschaftsminister Sven Schulze ist zuversichtlich, dass sich die IMG unter seiner Leitung mit einem hohen Maß an Professionalität für die Interessen des Landes einsetzen und Sachsen-Anhalt weiter voranbringen wird. Die gemeinsame Aufgabe sei, dass sich die Wirtschaft weiterentwickelt und die touristische Infrastruktur stärker wird. Dr. Robert Franke möchte dazu beitragen, Wertschöpfung in der gesamten Fläche des Bundeslandes zu generieren. Franke studierte Physik und Wirtschaftswissenschaften an der Technischen Universität in Dresden. Nach seiner Promotion in Physik war er unter anderem bei einem Solartechnikhersteller tätig. Der gebürtige Dresdner ist verheiratet und hat zwei Kinder.